Offener Brief von Torben Sondergaard an Kirchenführer, Gemeinden und Organisationen, 16. November 2023. Dieser offene Brief wurde auf Dänisch verfasst, wobei der Schwerpunkt auf Dänemark liegt. Da das Land jedoch viel größer ist als Dänemark und Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst hat, haben wir beschlossen, ihn ins Englische zu übersetzen, ich bete, dass dieser Brief möge mit offenem Herzen empfangen. Mir ist klar, dass es nach allem, was passiert ist, möglicherweise nicht einfach ist, diesen Brief von mir zu erhalten. Ich möchte auch nicht als jemand ohne Fehler wirken. Mir ist bewusst, dass ich vieles anders hätte machen können, was ich natürlich bedauere. Ich schreibe dies als einen Hilferuf und hoffe, dass einige erfahrene Kirchenführer in Dänemark uns helfen werden, der Sache gemeinsam auf den Grund zu gehen. Die Hoffnung, dass durch die Aufdeckung der Lügen Verständnis, Vergebung und Versöhnung entstehen können. Alles zum Wohle des Königreiches Gottes in unserem Land. Ich hoffe, dass dieser Brief der Beginn einer Gruppe von Führungskräften sein wird, die sich mit mir zusammensetzen, die Beweise betrachten und dabei helfen können, dies zu beurteilen, wie Paulus hier in 1. Korinther 6 zu 5 sagt. Ist es so, dass es nicht einen wird, wer ist unter euch ein weiser Mann, nicht einmal einer, der zwischen seinen Brüdern richten kann? Das Zitat, das wir gerade gelesen haben, stammt aus dem ersten Brief von Paulus an die Gemeinde in Korinth, in dem er darüber schreibt, dass sie sich als Brüder nicht gegenseitig strafrechtlich verfolgen sollten. Ja, wie werden sie eines Tages in der Lage sein, die Welt zu beurteilen, wenn sie nicht einmal untereinander urteilen können? Paulus empfand es als eine Schande, dass die Gemeindemitglieder nicht intern urteilen konnten, sondern in die Welt außerhalb der Kirche gingen und es zu klagen gegeneinander kam. Lesen Sie gerne selbst 1. Korinther, Kapitel 6. Das gleiche möchte ich jetzt auch an die Gemeinden in Dänemark fragen, gibt es in der Kirche Dänemarks jemanden, der helfen kann, damit es nicht mit Klagen und einer peinlichen Aussage für ganz Dänemark enden muss, denn das würde weder dem Reich Gottes noch der Art und Weise nützen, wie die Welt von außen auf die Kirche blickt. Im Kern geht es in dem Fall darum, warum ich Dänemark verlassen habe und wie ich plötzlich für über ein Jahr im Gefängnis in den USA gelandet bin. In dem Fall geht es auch um die Lügen, denen ich seit vielen Jahren ausgesetzt bin und die sich in der Kirche in Dänemark verbreitet haben. Bisher habe ich es mehrere Jahre lang zulassen und alles Gott übergeben und mich stattdessen auf das Gute konzentriert, das er tut. Und, dass ich nun verrate, was vorgefallen ist, liegt keineswegs an Verbitterung oder Rachegelüsten, ganz und gar nicht. Ich habe gelernt, meinen Feinden zu vergeben, so wie Jesus mich und alle, die ihm folgen, berufen hat. Aber diese Lügen haben eine ganz andere Ebene erreicht und sich auf kriminelle Handlungen ausgeweitet, wie zum Beispiel das Lügen gegenüber den dänischen Behörden, dem FBI, dem Heimatschutz und so weiter. Diese Lügen hatten enorme Konsequenzen für meine Familie, das Ministerium und mich selbst. Was passiert ist, ist so beschaffen, dass die übliche Vorgehensweise für uns darin bestehen würde, rechtliche Schritte gegen die Beteiligten einzuleiten. Ich denke insbesondere an einen Sohn eines Pfingstpastors, genannt X, im Originalschreiben wird er namentlich genannt, ich verzichte hier darauf. X ist der Haupttäter hinter vielen Dingen, die in Dänemark passiert sind, und der Hauptgrund, warum ich in den Vereinigten Staaten im Gefängnis gelandet bin, wenn ich seinen Namen zum ersten Mal öffentlich erwähne, dann deshalb, weil wir beschlossen haben, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben gerade auf unserer neuen Website torbensondergard.com eine Zeitleiste veröffentlicht, die zeigt, was passiert ist und Dokumente und Namen enthält, die zuvor nicht öffentlich gezeigt wurden. Wie Sie auf der Zeitleiste lesen können, versuchte X viele Jahre lang, nachdem wir gezwungen waren, ihn zu entlassen, gezielt, mich und unseren Dienst durch Manipulation, Lügen und Täuschung zu zerstören. Durch seinen Vater, den Pfingstpastor hat er auch viele in der Leitung des dänischen Kirchenlebens beeinflusst. X spielte auch eine große Rolle in der Sendung Gottes Beste Kinder, die 2019 auf TV2 ausgestrahlt wurde. Gottes Beste Kinder war für mich und meinen Ruf in Dänemark verheerend und führte dazu, dass wir gezwungen waren, unser Zentrum in Tiested zu schließen. Die Programme brachten auch der Organisation Insideraut einen Durchbruch, die bald darauf finanzielle Unterstützung von der Regierung erhielt. Kurz nachdem ich Dänemark verlassen hatte, wurde X Vorsitzender von Insideraut, das eng mit Freekirkenet, freikirchliches Netzwerk, zusammenarbeitet. Als Vorsitzender der Organisation Insideraut konnte X eine neu gewonnene Macht nutzen. Um viele falsche Informationen über mich an die Organisation zu verbreiten Behörden in Dänemark und den USA und beeinflussen Freekirkenet durch seine Lügen und Manipulationen. Um etwas von der Macht zu zeigen, die X auch heute noch inne hat, obwohl er nicht mehr Vorsitzender von Insideraut ist, gab es in Woche 44 des Jahres 2023 einen guten Artikel über meinen Fall in der Christlichen Zeitung und Vordringen. Das heißt, The Challenge, geschrieben vom ehemaligen Herausgeber Henri Nissen, wurde der neue Herausgeber Simon Tiedemann von X kontaktiert, der es irgendwie schaffte, Simon dazu zu bringen, den Artikel zurückzuziehen. Die Tatsache, dass sie den Artikel zurückgezogen hatten, wurde in der folgenden Woche auf der Titelseite der Zeitung veröffentlicht. Etwas, das noch nie zuvor passiert ist. Dies geschah, obwohl wir X nicht namentlich erwähnten und obwohl wir für jede Behauptung im Artikel eine Dokumentation haben. Ben, unser Anwalt hat den Artikel auch vor der Veröffentlichung durchgelesen, um sicherzustellen, dass nichts Falsches gesagt wurde. Aber Simon Tiedemann, der uns nie kontaktiert hatte, um die Beweise einzusehen, entschied sich dafür, X bitte zu befolgen und zog den Artikel zurück. Wenn wir jetzt Namen und einen Zeitplan nennen, dann deshalb, weil wir keinen anderen Ausweg sehen. Das alles hat die Grenze überschritten und es ist Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wie weit wir damit gehen müssen, hängt auch davon ab, ob es in der dänischen Kirche jemanden gibt, der sich einschaltet und mithilft, der Sache auf den Grund zu gehen. Weil sich dies durch X auf die Regierung und die Führung von Freekirkenet ausgeweitet hat. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir alles aufräumen, was schon so viele Jahre passiert ist, Dinge, die immer noch passieren. Ich würde es vorziehen, wenn wir dies intern innerhalb der Kirche regeln könnten. Das liegt daran, dass wir glauben, dass es das Beste für das Reich Gottes ist. Wenn wir es intern nicht lösen können, sehe ich leider keinen anderen Ausweg, als es öffentlich darzulegen und vor Gericht zu gehen. Ja, ein dritter Ausweg besteht natürlich darin, nichts zu tun, was ich in den letzten sieben Jahren getan habe. Ich habe mich nicht verteidigt. Ich habe alles immer wieder Gott übergeben, der eines Tages die Lebenden und die Toten richten wird. Aber jetzt erleben wir genau, dass es Gott ist, der alles voranbringt. Gott möchte diese Lügen aufdecken, worüber ich begeistert bin. Er hat die Tür zu einem starken Rechtsteam geöffnet, und wir sitzen heute mit vielen Beweisen dafür, was passiert ist und wer daran beteiligt war. Ich glaube, dass Gott einen Großteil davon intern in der Kirche regeln möchte, damit wahre Reue und Vergebung eintreten können, und dass wir gemeinsam daraus lernen müssen. Wie gesagt, auch ich bin an dem, was ich geschrieben habe, nicht unschuldig und habe in dieser Zeit viel gelernt. Abschließend möchte ich sagen, dass ich Dänemark, auch wenn ich keine Zukunft für uns sehe, immer noch sehr liebe. Unser Gebet ist, dass dies ein Neuanfang für unser Land sein möge. Teilen Sie diesen Brief gerne mit Pastoren, Kirchenleitern, Kirchen und Organisationen. Sie können mich unter info at torbensondergaard.com kontaktieren. Gott segne Sie, Torbensondergaard.